Wo alles neben mir und vor mir und um mich herum hoffnungslos aussieht. Ich stehe auf und ich schaue rauf zu meinem Gott. Weil mein Gott hat diesen Tag in seinem Hang. Weil mein Gott hat einen Plan. Und darum kann ich jeden Tag von neuem zu mir sagen, ich fürchte mich nicht. Nicht, weil ich nicht Angst habe. Nicht, weil alles rund läuft. Sondern weil ich weiss, Gott hat es in seinem Hang. Gott hat einen Plan. Und der Plan ist gut. Und Gott wird das letzte Wort haben. Und es wird ein gutes Wort sein. Ich möchte dich herzlich begrüssen auf Podcasts. Wir sind überzeugt, dass genau diese Prädigung zu dir wird reden. Darum du dein Herz auf für das, was Gott heute Morgen zu dir sagen möchte. Geben wir allen euch in den Podcasts einen herzlichen Applaus. Heute möchte ich ein paar Gedanken zum Thema. Ich fürchte mich nicht mit euch teilen. Ich fürchte mich nicht. Egal was läuft in dieser Welt, egal was passiert. Ich habe ein Glauben und eine Überzeugung in meinem Leben, die grösser und stärker ist als all das, was auf dieser Welt läuft. Wir erleben ja viel, wenn wir die Welt raus schauen, passiert auch viel. Wir haben Klimaerwärmung, wir haben Corona hinter uns, wir haben in der Ukraine Kriege. Stromknappheit war ein Thema, Israel-Konflikt, weitere problematische Situationen in der Welt, im Weltgeschehen, Knappheit, überall sind immer wieder Themen, die von Konflikten zu Kriegen, zu Terroranschlägen usw. uns beschäftigen und uns auch einnehmen können. Wenn wir ganz ehrlich sind und ein bisschen realistisch raus schauen, kann sehr schnell die Frage aufkommen, was kommt als nächstes? Irgendwie scheint das Ganze kein Ende mehr zu nehmen. Man kann sich fast nichts mehr erholen, von all dem, was läuft und von all dem, was geht. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann uns das Ganze mehr und mehr einnehmen, und es kann uns nach und nach auch die Hoffnung rauben. Junge Menschen, habe ich gelesen, verlieren immer mehr ihre Zukunftsperspektive. Sie verlieren auch die Hoffnung, Depressionen, Angst, psychische Krankheiten, nehmen zu wie noch nie zuvor. Menschen werden von Angst einfach so eingenommen, werden von Angstgefühlen, Panikattacken einfach so packt, verlieren Hoffnung, verlieren Freude, verlieren irgendwo eine Zukunftsperspektive. Und viele fallen auch in eine tiefe Depression oder auch in ein tiefes Loch. Andere wiederum, andere Menschen versuchen, dieser Not mit ihren begrenzten Mitteln zu begegnen, indem man politisch versucht, etwas zu verändern, geht demonstrieren und irgendwo versucht, das Ganze zu bekämpfen. Man gibt es ihren Angst, Ausdruck damit. Wiederum, andere resignieren. Irgendwo bleiben sie stehen, resignieren, sind überfordert, stellen sich diesen Themen nicht mehr und versuchen, irgendwo, irgendwie, das Leben noch zu überleben. Und dann gibt es noch die, die trotz all diesen negativen Umständen die Hoffnung behalten haben, sich zu lachen, nicht heilen zu klauen. Und immer noch positiv, aufgestellt und fröhlich durch das Leben können gehen. Warum? Weil sie wissen, das letzte Wort hier auf der Erde wird nicht ein Krieg haben, es wird nicht eine Katastrophe haben, es wird nicht eine Regierung oder Regierenden haben, es wird nicht ein Virus, das letzte Wort haben, auch nicht ein Bakterium, das Klima, ein Konflikt oder eine Knappheit, sondern das letzte Wort hier auf dieser Erde wird unseren Gott haben. Und das wird ein gutes Wort sein. Und genau so ein Statement lesen wir in der Bibel von einem jungen Herd, wo sie Gott aus sie Herd beschreibt. Und er schreibt im Psalm 23 folgendes. «Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir.» Ich liebe es, wie hier der David schreibt, «Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, auch wenn Todesschatten mich umgeben, auch wenn quasi alles wie gegen mich ist, auch wenn die Welt um mich herum am Zerbrechen ist, auch wenn ich keine Zukunft mehr sehe, auch wenn ich irgendwo anstehe und keine Hoffnung mehr habe, auch wenn ich keine Perspektive mehr habe in meinem Leben, macht er wie ein Statement und sagt ganz klar, «Ich fürchte mich vor keinem Unglück.» Der David macht ein Statement über sein Leben, weil er haargenau weiss, Gott wird bei ihm sein. Gott wird ihm nach sein. Gott wird ihn führen und leiten. Und Gott wird alles geben, damit er David wieder das Ende des Tal wird sehen und dass er das Segen, das auf ihn wartet, auch entdecken und erleben kann. Vor kurzem bin ich einem Mann begegnet, den ich kenne, und er hat mir erzählt, ich habe eine herausfordernde Zeit hinter mir. Es war eine Zeit hinter mir, als ich dunkelheit war, als es schwer war in meinem Leben. Ich hatte keine Perspektive mehr, ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich habe nichts weiter gesehen in meinem Leben. Und weisst du, ich habe in diesem Moment nur noch ein Gebet beten können. Ich hatte nicht einmal mehr Kraft, grosse Gebete zu beten, geschweige denn der Glaube daran, dass Gott jetzt helfen kann und irgendwo wirken kann. Ich hatte einfach keine Perspektive mehr. Aber ich habe ein Gebet bettet, und das war ein Satz. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, und als erstes habe ich in den Himmel raufgeschaut und habe das Wenige an Glauben, das ich noch hatte, zusammengenommen und habe zu Gott und zu mir selber gesagt, laut und deutlich jeden Morgen, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Und am nächsten Morgen bin ich wieder aufgestanden und habe zu mir gesagt, Gott hat einen Plan. Auch wenn ich nicht weiss, wie das gehen soll, aber Gott hat einen Plan. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, genau dieser einfache Satz hat mir geholfen, dass ich die Hoffnung nicht verloren habe. Genau dieser einfache Satz hat mir geholfen, dass ich den Weg aus der Dunkelheit mit Gott zusammen wieder gefunden habe. Und genau gleich ist es bei uns. Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan mit unserem Leben. Er hat einen Plan auch mit unserer Dunkelheit. Er hat auch einen Plan mit unserer Not. Er hat auch einen Plan in all dem, was uns umgibt und uns manchmal auch versucht, die Hoffnung zu rauben. Gott ist da und er überlässt uns nicht einfach im Schicksal. Er ist da und er hat einen Plan. Er hat sogar einen Plan mit dieser Welt. Mit all dem, was auf dieser Welt läuft. Er hat einen Plan mit allem, was hier passiert. Und auch egal, wenn es noch so hoffnungslos aussieht und noch so schlimm am Laufen ist, dürfen wir wissen, Gott hat einen Plan. Er hat es in seinen Hang. Er wird zum Ziel kommen. Und er wird das letzte Wort haben. Und sein Wort wird ein gutes Wort sein. Das Statement hat dem Mann Hoffnung gegeben. Er hat mir dann mit einem leuchtenden Augen erzählt, dass er aus dem Tal herausgefunden hat. Dass er wieder das Sagen hat erleben dürfen. Dass er neue Hoffnung und neues Glück in seinem Leben finden durfte. Er hat mich angeschaut und mir gesagt, Können, ich kann dir das nicht alles erzählen. Was Gott alles bewegt hat. Was Gott alles daraus hätte stehen lassen. Wir müssen fast zusammen anmachen. Damit ich dir all das Gute erzählen kann, was aus dem einfachen Glaubenssatz daraus heraus entstehen durfte. Und ich habe mir dann so überlegt, was wäre aus diesem Mann passiert, wenn er nicht den Glauben aufgebracht hat. Und nicht diesen kleinen Satz gesagt hat. Und sich nicht mit dem wenigen Glauben, den er noch gehabt hat, an dieser kleinen Hoffnung festgehalten hat. Und ihm wieder gesagt hat, Gott hat einen Plan. Was wäre passiert, wenn er das nicht gemacht hat? Ich glaube, sein Leben wäre vielleicht noch viel schlimmer verlaufen. Vielleicht hätte noch viel Schlimmers passiert. Vielleicht hätte er die Hoffnung endgültig verloren und wäre definitiv nicht dort, wo er jetzt ist. Ich habe mir überlegt, was wäre aus dem David geworden. Wenn der David in der Dunkelheit von seinem Tal, vielleicht in dem Moment, in dem er sich dem Goliath im Zweikampf gestellt hat, nicht ein Statement gemacht hat. Ich glaube, der David hat den Mut nicht gefunden, sich an Königshof zu bewegen, dem König Solz zu dienen, der immer wieder nach dem Leben von ihm getrachtet hat. Ich glaube, auch der David hat den Mut nicht gefunden, sich dem Goliath zu stellen, in Zweikampfe einzusteigen, einem Ries gegenüber, und ihn mit einer Steinschleuder zu besiegen, weil er gewusst hat, Gott ist da, und Gott wird Wunder tun. Ich glaube, wenn der David ein Statement vom Glauben nicht gemacht hat, dann wäre er vielleicht nicht König geworden. Dann wäre er vielleicht nie an diesen Königshof gekommen und dann würde man vielleicht nie heute etwas von dem König hören, welcher in der Geschichte der Bibel und auch in der Geschichte der Menschheit gerade mit dieser Begegnung von David und Goliath eingegangen ist. Doch statt den Glauben auf ein gutes Ende einfach zu verlieren, sagt der David zu sich selber, «Ich fürchte mich nicht». Und ganz ehrlich können wir das lesen, auch gerade in den Psalmen, ist das «Ich fürchte mich nicht» nicht ein Beschreib von seiner Situation, ist auch nicht ein Beschreib von seinen Gefühlen, es ist ein Statement vom Glauben. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass David in dem Moment, in dem er das gesagt hat, «Ich habe keine Angst», «Ich fürchte mich nicht», von Angst umgegeben war, dass er sogar Angst hatte, dass er Angst davon hatte, dass ihm das dunkle Tal den Boden unter den Füssen wegnehmen wird, dass er Angst hatte, als er den Rehs Goliath gesehen hat, und dass er vielleicht auch auf der einen Seite in sich am liebsten davon gesäckelt wäre, der Bettel hergeworfen hat, die Steinschleider hergeschossen hat, und er sagte, «Nimm mit mir! Ich gehe, ich hole es! Ich habe mich ein bisschen getoschen, weil, als ich vom Hügel runtergeschaut habe, hat der Goliath viel kleiner ausgesehen. Jetzt ist er so gross! Oh-oh! Oh-oh! Oh-oh-oh! Ich kann mir gut vorstellen, das war stark. Aber statt seinen Gefühlen, Emotionen und Umständen Raum zu geben, sagt David, ich fürchte mich nicht. Und ich bewege mich auf das Hindernis zu. Ich bewege mich auf den Rehs zu. Ich gehe durch das dunkle Tal, weil ich weiss, am Ende des Tal wartet Gott auf mich. Am Ende des Tal wartet der Sagen von Gott auf mich. Am Ende des Zweikampfs wartet der Sieg von Gott auf mich. Oh, Jesus ermutigt uns, gerade im Brief an Johannes, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, dass wir die Hoffnung und den Glauben nicht verlieren sollen. Vielleicht haben die eine oder andere auch schon vom letzten Buch der Bibel gehört, Offenbarung. In der heutigen Zeit oft zitiertes Buch, wird gebraucht, weil wir auch probieren, gerade durch dieses Buch vielleicht gewisse Ereignisse, probieren zu verstehen und auch probieren zu beschreiben. Und wenn man in das Buch eintaucht, ist es ein Buch, das wirklich drunter und drüber geht. Dort ist die Rede von Drachen, die aus dem Meer rauskommen, von Monstern, die irgendwo auferstehen, von Todesengeln, Zorn, Schallen, Gerichte, Antichristen und am Ende der Welt. Und wenn wir das ohne Hoffnung und ohne Glauben lesen, kann das sehr ein düsteres Buch sein. Es kann uns die Hoffnung raubern. Wenn wir das Buch lesen, sehen wir eins bestätigen, nämlich dass es in der Welt, in der wir drinnen leben, halt einfach schon manchmal drunter und drüber geht. dass Krieg, Zerstörung und Chaos irgendwie einfach auch zu dieser Welt dazugehören. Aber bevor Jesus dem Johannes das Buch zitiert, ihre Vision ihm sagt, was er alles aufschreiben soll, sagt Jesus zum Johannes, der das Buch geschrieben hat, Folgendes. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschafter Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Also Johannes sagt ja, dass direkt von Jesus ihre Vision überkommt. Und ich habe gesehen, was in den letzten Tagen dieser Welt passieren wird. Aber ihr müsst verstehen, Johannes hat das ein paar Jahre nachdem Jesus gestorben ist, überkommt. Dann hat es weder Flugzeuge, noch Panzer, noch Internet, noch irgendetwas gegeben, was heute selbstverständlich ist. Und Johannes hat versucht, Sachen zu beschreiben in der Zeit und in der Welt, in der er nicht gewusst hat, wie, dass er das beschreiben soll. Und wir versuchen jetzt, das Ganze auszulegen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Aber ich möchte heute nicht eine Auslegung von Offenbaring machen, sondern, was mich fasziniert, ist der nächste Satz. Ganz am Anfang, bevor wir eintauchen in das Buch, das wirklich drunter und drüber geht, lesen wir, wie Jesus zum Johannes sagt, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetischen Botschaften hört und sich danach richtet. Denn, was ihr angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Vielleicht schnell zum bald, oder Jesus hat zum Johannes gesagt, ich komme bald wieder. Also, liebe Männer, wenn die Frau euch etwas fragt, irgendetwas zu flicken im Haus, dann sagt, ich mache es bald. Und wenn ihr es nach drei Monaten immer noch nicht gemacht habt, sagt ihr, ich bin immer noch schneller als Jesus. Jesus hat auch gesagt bald. Und das bald hat eine Fülle von 2000 Jahren. Gut, gehen wir zurück zu Jesus. Was sagt eigentlich Jesus mit diesem Statement? Er sagt hier, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Jesus sagt eigentlich nichts anderes ist, auch wenn es in dieser Welt drunter und drüber geht, auch wenn du die Hoffnung in deiner eigenen Welt verlierst, auch wenn es Momente wird geben in deinem Leben, wo du nicht mehr weiter siehst, auch wenn es hier wirklich Situationen gibt, die wir nicht verstehen können, nicht nachvollziehen, auch wenn es in den letzten Tagen dieser Welt noch in einem richtigen Chaos enden wird, sagt Jesus, wirst du in all dem Glück finden, du wirst mit mir zusammen Zufriedenheit finden, du wirst mit mir zusammen einen Frieden und eine Ruhe finden, wo ich diese Welt nicht geben kann. Anders gesagt, mit Jesus zusammen werden wir in der Dunkelheit, wir werden in den Herausforderungen von unserem Leben, wir werden in den Situationen, in denen wir nichts weiter sehen, wenn wir arbeiten, mit einem Gebet, mit zwei Gebeten, mit einem Handeln vom Glauben, wenn wir schaffen, trotzdem Gott nicht loszulassen, trotzdem in die Kirche zu gehen, trotzdem an Gott festzuhalten, werden wir und das verspricht uns Gott hier Hoffnung finden, wir werden Glück finden, wir werden neue Perspektiven trotz dem Chaos entdecken und sehen und wir werden einen Frieden entdecken und eine Zuversicht und eine Hoffnung finden, wenn wir uns sagen, bleib dran, der Sagen wird kommen, der deckt Tisch, wartet auf dich, weil am Ende von Psalm 23 lesen wir, wartet der Sagen, anders gesagt, der deckt Tisch auf David, am Ende der Offenbarung wartet Jesus auf uns, am Ende von allen unseren Herausforderungen wartet immer wieder Gott auf uns und sagt, Durchbruch wartet auf dich, neue Hoffnung wartet auf dich, Sagen wartet auf dich, aber für diesen Sagen kommen, musste ich durch den Tal durchführen, ich musste durch die Herausforderung führen, aber du wirst mit mir zusammen schon in Herausforderung in neues Glück und Frieden entdecken. Ich habe mich noch gut besinnen, als Corona kam, oder vor allem wo bekannt ist worden, dass Corona mehr als nur ein kleiner Virus ist. Ich habe mich noch im Sinne den Moment, wo der Bundesrat in der Schweiz erzählt hat, was alles für Konsequenzen werden kommen. Kirchen werden zugehen, Restaurants werden zugehen, Einkaufshäuser werden nur noch begrenzt, Sachen verkaufen, Kino gehen zu, Sporthallen gehen zu, Schulen gehen zu, alles geht zu, was irgendwo zugehen kann. Und ich weiss noch, an dem Moment, wo das verkündet wurde, spürt, wie eine Angst an mein Herz doppelt hat. Die Angst und die Schwere, die plötzlich so da ist, die Angst dem finanziellen Druck, der kommt, ich kann nicht standhalten. Angst, irgendwo den Menschen nicht mehr den Lohn zu zahlen. Angst, was wird die Leere und auch das Schwere für Herausforderungen bringen. Angst vor dieser neuen Situation. Aber auf der anderen Seite war es ganz spannend, habe ich die feine Stimme von Gott gehört, die zu mir gesagt, fürchte dich nicht, habe keine Angst, ich bin da, ich bin für euch. Es war, wie Gott zu uns als Kiel hat gesagt, wenn ihr entscheidet, mit mir durch die Zeit zu gehen, dann wird die Zeit nicht zur Niederlage in eurem Leben, sondern die Zeit wird trotz der Herausforderungen, trotz des Schweren, die sie mit sich bringen, trotz der Fragen, die sie bringen, trotz all den Gefahren, die sie mit sich bringen, wird die Zeit zu einem Sagen werden. Ich weiss noch, wie wir als Leitungsteam zusammengestanden sind und er hat gesagt, wir beten und jetzt gehen wir mit Gott in die Zeit und die Zeit wird nicht zur Niederlage, sondern sie wird zur Chance und wir wollen entdecken, was Gott alles bereit hat für uns und so ist für uns als Kiel Corona zu einem Sagen geworden. Wir durften viele neue Sachen entdecken, der Livestream ist sprichwörtlich wirklich explodiert. Ganz viele Menschen haben von überall an einschalten und die Botschaft von Hoffnung die ermutigenden Worte zu suchen und sie haben gemerkt, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Zuspruch und wir brauchen wieder Hoffnung. Neue Formate sind entstanden, Coffee Talk und so weiter. Neue Ideen sind entstanden, Hobbs und Lila sind das Leben gerufen. Der Dachstock wie der Spielplatz durfte umgebaut werden. Warum erzähle ich das? Wir haben immer wieder die Wahl in unserem Leben. Geben wir all diesen teusteren Voraussagen irgendwo Raum in unserem Leben? Oder geben wir wirklich Gott Raum? Dem Gott, der zu uns selber sagt, ich bin da. Ich habe einen Plan für dich. Dann können wir auch wieder zu uns selber sagen, ich fürchte mehr. Ne. Die Dunkelheit wird zwar bleiben, die Aussenforderung wird da sein, das Tal wird noch im Moment bleiben bestehen. Das Statement heisst nicht, dass plötzlich alle Kriege und alle nicht einfach verschwunden sind. Aber mit diesen Worten machen wir ein Statement vom Glauben. Und genau das wird unsere neue Perspektive und neue Hoffnung im Tal schenken. Und wir dürfen wissen, wir werden dank dem besser und stärker aus den Herausforderungen rausgehen, als Talente neue Ideen und neue Gute und Grösse von unserem Gott im Himmel entdecken. Das ist eigentlich auch das Versprechen von Jesus an uns. Wir werden nicht nur Hoffnung und Glück finden im Tal, sondern wir werden erleben, wie Jesus da ist, wie er uns führen und leiten und zum nächsten sagen, uns wird begleiten. Wir lesen ja, wie Jesus kurz bevor er in Himmel zum Vater zurückgeht, betet. Er betet auch für seine Jünger und er betet auch für all die Mann und Frauen, die zum Glauben an ihn kommen. So betet er auch für dich und für mich. Und er betet er, ich bitte dich nicht, sie, also uns, aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, mein Vater im Himmel, sie vor dem Bösen zu bewahren. Jesus weiss, er wird in Himmel gehen und er wird Ewigkeit beim Vater verbringen. Und wenn wir das Herz von Jesus anschauen, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sich Jesus nichts mehr gewünscht hat, als dass er alle seiner Jünger gerade mitnehmen kann. Dass er mit ihnen direkt in Himmel gehen kann, einen unglaublich grossen Karre vom Himmel organisieren und alle, die in Glauben steigen, direkt zu haben und ein gutes Leben. Ich kann mir ganz tief in seinem Herz, dass jeder Mensch, der ihn lernen wird, zu kennen, ab dem Moment, als er sich entscheidet, an Gott zu glauben, macht es schwupps, so, zum, und wir sind weg. Also er hat keinen Job mehr, weil er wäre ja alle im Himmel. Aber, ich gehe. Also, er hat gewusst, jetzt hinterlässt er die Jungs, alle Männer und Frauen, die mit ihm unterwegs sind, hinterlässt er in dieser bösen Welt, in einer Welt voll Zerstörung, in einer Welt von Verfolgung, in einer Welt, in einer Welt, wo sie angefindet werden werden, in einer Welt, in einer Welt, wo sogar elf von diesen zwölf ihr Leben verlieren werden und nur einen natürlichen Tod sterben kann. In einer Welt, die nicht einfach wird sein, in einer Welt, in einer Welt, voller Chaos, Krieg und Zerstörung und Fragen und nicht und er lässt sie dort. Und er sagt zu Gott, ich weiss, wir lösen dort. Warum? Weil sie noch Aufträge haben. Sie dürfen von mir erzählen. Ihr Job ist das Evangelium weiterzubringen. Ihr Job ist Botschaft von Hoffnung rauszutragen. Und wenn du heute hier schon reingeschaltet hast, das ist unser Job als Kirche und als Einzelne. Es ist unsere Berufung, die Botschaft von Hoffnung rauszutragen. Der Mensch in unserem Umfeld Hoffnung lachen, leuchten, Licht und Liebe zu bringen. Weil die Menschheit in dieser Welt mehr und mehr Hoffnung zu verlieren ist. Weil Depressionen zu nehmen, psychische Krankheiten zu nehmen sind und die Menschen nicht mehr haben, wo sie sich daran festhalten können. Und darum sagt Jesus, auch wenn es drunter und drüber geht, und je mehr dass es auch vielleicht auch drunter und drüber geht, umso mehr werden die Menschen offen sein für mich. weil sie wieder suchen, weil sie wieder Richtung suchen und dann werden sie mehr Jesus lernen lernen können und sie werden dort Hoffnung finden und sie werden einen Frieden finden, den nur ich ihnen geben kann, den sie in dieser Welt nirgendwo finden. Aber für das braucht er Kirche, für das braucht er uns. Er braucht Orte, Menschen, die aufstellen und sagen, wir wollen die Botschaft rauszutragen. Darum sind wir noch da. Aber er sagt noch etwas anderes, er lässt uns nicht einfach da, für den Job zu erledigen und schaut vom Himmel ab und zu, sagt, hey, high five, go for it. Wir sehen es im Himmel und er macht es gut. Nein, er sagt, schau, Gott wird bei euch sein. Ich bitte Gott darum, dass er euch von einem Bösen wird bewahren. Das heisst nicht, dass alles rund wird laufen. Das heisst nicht, dass wir keine Kriegen, Herausforderungen, Nöte und Zerstörung in unserem eigenen Leben nichts mehr erleben. Aber das heisst, dass all das Böse, das uns probiert, die Hoffnung zu rauben, das uns probiert, den Frieden zu nehmen, das uns probiert, eine Perspektive zu nehmen, nicht nehmen kann, weil Gott grösser ist, weil Gott stärker ist. Und das heisst, wenn wir immer wieder sagen können, ich fürchte mich nicht, wie der David, dann dürfen wir wissen, Gott ist da, seine Bewahrung ist da, sein Schutz ist da und das wird uns wieder eine Sicht geben, trotz der Herausforderungen, trotz dem Schweren, trotz all dem, was uns umgibt, positiv, hoffnungsvoll, fröhlich nicht gespielt, sondern mit einer göttlichen Freundlichkeit und mit Glück und Frieden in unserem Herzen in die Ankommen zu gehen, weil wir wissen, Gott ist da. Auch wenn alles neben mir zusammenbricht, auch wenn alles irgendwo keinen Sinn mehr macht, auch wenn die Zukunft irgendwo keine Zukunft mehr bringen ist, auch wenn es hoffnungslos aussehen, auch wenn ich keine Kraft mehr habe, darf ich wissen, Gott ist da. Gott hat einen Plan und Gott sucht mein Bestes. Wir lesen das auch in Jeremia, eine Zusagenverheissung, die Gott uns gibt. Da lesen wir, dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Und er sagt, Gott, denn mein Plan mit euch, mit dem Volk Israel und auch mit uns steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Also Gott will unser Glück in allem. In allem dürfen wir immer wieder Glück und Frieden finden. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich, der Herr. Gott will uns eine Zukunft schenken, die nur Gott uns geben kann, so wie wir das Teuf in unserem Herzen erhoffen. Gott hat dich und mich gearbeitet. Gott hat die Welt in seinem Hang und Gott wird das Letzte Wort haben. Und das alles kann uns immer wieder eine Zukunftsperspektive geben. Es kann uns auch immer wieder Hoffnung freisetzen in unserem Leben. Ich weiss, wir können die Welt immer wieder verschieden anschauen. Wir können verschieden in die Welt ausschauen. Wir können als Christen sehr hoffnungslos ausschauen, uns auch vor Angst und von all dem Schweren packen und einnehmen. Und nicht mehr positiv in das Leben gehen, weil wir sagen, es bringt ja nichts. Oder vielleicht auch geprägt durch das letzte Buch aus der Bibel eine Offenbarung, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist es dann gerade vorbei. Jetzt wird dann gerade Jesus kommen. Es bringt gar nichts, noch Hoffnung zu haben. Ich kann mich besinnen, meine Frau und ich, frisch verheiratet, jung unterwegs in unserem Leben, junge Pastoren im Kilo bauen. Wir hatten den Wunsch, Kinder zu haben. Und dann haben wir, fromme Leute, gesagt, in der heutigen Zeit, und das ist auch schon ein paar Jahre her, hat man keine Kinder mehr. Denn in dieser Welt setzt man keine Kinder mehr. Es ist hoffnungslos, es geht zu Boden. Jetzt kommt der Jesus gerade. Darum macht man keine Kinder mehr. Weil, was setzt du die Kinder in was für eine Welt hinein? Und ich habe immer gedacht, ja, du kannst es so anschauen. Und wir sind alle die Geschichten aus der Kirchengeschichte in den Sinn gekommen. Zum Glück habe ich noch ein bisschen studiert, da ist mir auch noch etwas geblieben. Man ist in den Sinn gekommen, in der Reformation von Martin Luther. Es war die Welt am Boden. Bauernkrieg dann zumal. Die Leute hatten das Gefühl, Jesus, komm jetzt gerade. Es bringt nichts mehr. Hoffnungslos. Hexenverbrennung. Dunkels Mittelalter. Kreuzritter. Erster. Zweiten Weltkrieg. Hoffnungslos. Und ganz viele Menschen haben gesagt, es bringt nichts mehr. Die Welt ist am Boden. Die Welt ist jetzt am Ende. Jetzt ist er gerade fertig. Aber wenn wir zurücksehen, die Welt reiht sich immer noch. Die Welt ist noch da. Und ganz ehrlich, nicht mehr, nicht der Krieg, wo nicht unser Wissen hat das letzte Wort. Das letzte Wort hat unser Gott im Himmel. Und ich bin ganz froh, dass mir als junger Mann ein Zitat begegnet, wo mir so Fragen immer wieder hilft. Das Zitat ist vom berühmten Reformator Martin Luther, der irgendwann im 16. Jahrhundert mal Folgendes gesagt hat. Auch wenn ich wüsste, sagt er, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Im Endeffekt wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, was morgen wird passieren. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren wird passieren. Wir wissen nicht, was in 30 Jahren wird passieren. Wir wissen nicht, was in 200 Jahren wird passieren. Und ganz ehrlich, es ist auch gut, wissen wir es nicht. Und das sollen wir gar nicht wissen. Wir lesen in der Bibel, macht dir nicht Sorgen um das, was morgen passieren wird. Freude stattdessen an dem, was du heute hast. Weil dieser Tag heute, der Grusenforderung entdeckt das Gute in dem und Freude an dem. Was morgen wird kommen, sagt Gott, schauen wir den morgen zusammen an. Auch wenn ich wüsste, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute in die Lande gehen und ich würde einen Äpfelbaum kaufen und ich würde mir eine Frau geben und sagen, schätze, die Pflanze, der Kölb. Ich weiss nicht, wie. Und ich würde mir eine Frau sagen, schätze, eines Tages essen wir Äpfel von diesem Baum. Aber wenn die Welt morgen untergeht, dann ist mein Glauben, das ist meine Hoffnung. Und das ist das, wenn wir den Bibel lesen, der David wusste nicht, was sein Leben alles wird bringen. Er wusste nicht, ob der Goliath ihm den Schnauf nehmen wird. Er wusste nicht, ob er wirklich mal König werden wird, wie es vorausgesagt war. Er wusste nicht, ob er vielleicht gleich der Saul noch stärker wird sein und ihm vielleicht sogar doch noch das Leben nehmen wird. Oftmals war er kurz davor, sein Leben zu verlieren. Aber er stand jeden Morgen auf und sagte, heute gibt es einen guten Tag, denn es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Es ist der Tag, den Gott kreiert und designt hat. Und auch wenn es neben mir und vor mir und um mich herum hoffnungslos aussieht, ich stehe auf und ich schaue rauf zu meinem Gott, weil mein Gott hat diesen Tag in seinem Hang, weil mein Gott hat einen Plan und darum kann ich jeden Tag von neuem zu mir sagen, ich fürchte mehr nicht. Nicht, weil ich nicht Angst habe, nicht, weil alles rund läuft, sondern weil ich weiss, Gott hat es in seinem Hang. Gott hat einen Plan und der Plan ist gut und Gott wird das letzte Wort haben und es wird ein gutes Wort sein.